Tag, es ist Weihnachten. Der zweite Weihnachtsfeiertag, um genau zu sein. Und heute ist das angekündigte Weihnachtsget-Together-Dinner-Wichtel-Teil. Die letzten zwei Tage waren relativ klassische Weihnachtstage mit der Familie zusammen, essen. Ich glaube, ich kann die nächsten drei Wochen nichts mehr essen, aber ich weiß, wo kocht heute was unglaublich Geiles. Und heute ist das Zusammenkommen mit der Familie, Familie, also Freunden. Wir werden wichteln, wir werden essen. Es ist unglaublich kalt. Es hat irgendwie minus sechs Grad. Ich weiß auch gar nicht, wie ich schaffe, diese Kamera noch zu halten, aber naja. I'm telling you why, Santa Claus is calling. Oh my God, look at you. You look so cute today. Oh, look at you. Wow, coole Wohnung, Lena. Ja, hallo. Halt mal dein Maul, Digga. Was ist das für eine Stimmung hier, wo ich ankomme? Wir haben drei große Mahlzeiten gegessen. Sandwiches habt ihr gegessen, oder? Wir haben drei riesengroße Sandwiches gegessen und oh mein Gott, ich war im großen Foodcoma danach. Ich bin seit drei Tagen im großen Foodcoma. Ja, ich auch. Was willst du heute als Richtige schenken? Ich würde voll gerne ein Buch kriegen, was ich mir gewünscht habe. Ach, du willst sogar wirklich was? Ja, ich habe mir ein Buch gewünscht. Sorry, ich habe dir jetzt nur Schrott gekauft. Ich habe mir drei Bücher gewünscht. Ich würde gerne eins davon bekommen, weil ich echt Bock habe, wieder was zu lesen. Mit eigenem Stuhl am Start. Vorbildlich. Ach、 das课 ettige Teufeld! Jazala, es stimmt comment知. Anni, Viva! Fanny, wie war dein Weihnachten? Sehr schön, sehr gut. Was hast du? Ein bisschen komisch, weil meine Familie ein bisschen komisch ist, aber es war sehr gut. In der Familie ist nicht komisch, besonders an Weihnachten, ganz ehrlich. Es war sehr viel Alkohol involviert, dann wären alle noch ein bisschen komischer. Gut, war schön, wir haben gut gegessen. Ich freue mich auf Gu's Essen heute, muss ich sagen. Sehr dolle. Ich bin sehr excited. Ja, wo ist der Typ überhaupt? Der ruft gleich an, wenn wir ihm helfen sollen. Ich hab dem vorhin schon Nelke vorbeigebracht und Äpfel, also... Wer ist das Pokémon? Es ist Migendatschu. Nein! Wuuuuu... Oh. Oh, der Nelke ist ja auch... Hey du, Bro. Ich krieg dich im Hemd, ja? Es hieß, wir sollen ein Fein kommen, dann kommen wir auf... Na, habt ihr ein Hemd an? Was? Na, G, du hast ein Hemd an? Ja. Hey, Primmel! Besser, oder? Oh, gibt's heute vier Töpfe Wasser, oder? Ne, zwei Töpfe Wasser, einmal mit Putzwasser und einmal... Naja, deswegen ist es, ich bin vegetarisch, deswegen... Wir wissen jetzt, wir haben jetzt die Räume dazu, die Leute müssen nicht laufen. Dann kann ich nicht eine Sekunde was in Ruhe aufnehmen, ohne dass hier von allen Seiten jemand angerannt hat. My man... Oh. Mache! Da ist ein Nacheinander? Tschüüüüüüü! Oh, oh, oh! Das ist irgendwas mit Alkohol. Logi, du darfst den nicht manipulieren, die Geschenke, nicht? Nimmst du jetzt eins? Ja, ich weiß welches ich nehmen will, deswegen. Aber es sieht geil aus. Willst du verlesen? Warum nicht? Aaron, wer ist das? Das bin ich. Das ist eindeutig Emil. Entweder Emil oder Michelle. Was das wohl für eine Ehre für dich sein muss, ein Geschenk vom großen Don Emilio zu bekommen. Hashtag Lifegoals. Ich habe das Gefühl, ihr wisst alle, wer ihnen das gefeiert ist. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich habe nur noch über mein Geschenk nachgedacht. Coffee Grinder. Hier geht's. Ja, du hast mir auch so ein Kriegspiel geschickt. Girl. Ich hätte mir jedes Jahr trinkt. Girl. Lina. Gebt es mal zu Lina durch. Lina. Anni. Könnte das ein Buch sein? Shit. Geil. Sehr, sehr geil. Ist es das Buch? Ist es das Buch, was du wolltest? Was war das kleine Blau? Was? Eine Gruppe, wenn man sich auch trifft und keine Ahnung so, ich weiß nicht. Juni, it's you. Anni, was hast du? Du hast rutsig gezogen? Ich habe rutsig gezogen. Alles gut mit zu? Ja voll. Mega gut. Ist das eine Taschenbuchgeschichte? Das ist gut. Nein. Es ist eine Taschenbuch. Eine Taschengeschichte? Hey, hey, hey. Wer denkt, das ist geil zu benutzen? Das ist ein Masturbator. Ist ein Masturbator. Ist ein Masturbator. What do you think of this present, Anuah? Huh? What do you think of it? I think I got an e-mail. Hey, shut up. Oh, shit. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Wollt ihr diese Scheißmuschel? Der Weg ist einfach um was zum Entwickeln. Die würde ich ganz so... Oder ich glaube... Ähm, ein Kranfurt. Ich will echt nicht die Kranfurt machen. Das ist krass. Ich habe alle gar nicht. Das ist für die Bresch dabei, Digga. Und Bierquelle und so. Letztes Jahr wird das damit zu dünn. Hat das vielleicht zu dünn? Was ist das? Free Willy 2? Free Willy 2? Lag auf dem Boden rum. Ja, aber ich will nicht zahlen. Immer. Nein, das ist mein Lieblingsbuch. Ich wollte nicht, dass du nichts hast. Dann kannst du nicht mehr gehen. Oh, ist schon okay. Danke. Das ist cool. Wie ist es mal? Simon sagt nicht klein. Also ich glaube... Oh, ja! Nein! Nein! Ja! Simon, bitte beides an. Simon beides an. In den Bällen. Ja, Jogi. Kannst du aus dem Hut ein bisschen? Wie sieht's Essen aus? Alle haben ausgewichtelt. Essen ist in the making. Ähm... Nein! Kinder! Flashe! Wie schön... Nein! Simon, wer war denn das gerade eben? War das Borat oder? Das war Borat Boy. Ich habe dieses Ding an, was wir gekauft haben. Aber funktioniert das? Mach's gut. Ganz gut. Hi! Oh! Oh! Ne? 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 So, was gibt es heute? Erzähl mich. Wie ist es? Mit Rotkohl? Okay. Mh. 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 Geregnet. Komm, wir suchen unser Zimmer. Jetzt haut die Scheibe durch. Okay, bei ein, zwei Leuten. Was geht ab, Leute? MTV Crips. Ich zeig euch mal, was kaputt gegangen ist. Meine 5 Millionen. Die Wichser haben diese Scheiße kaputt gemacht. Guckt ihr das an. Das ist ein Schaden von 9000 Euro, bro. Zumindest ist eine Scheibe in der Wohnung und nicht zur Kälte raus. Weil sonst wäre es jetzt arzt kalt. Das wäre richtig kalt. Genau. Der war aufgeklebt, oder? Hä, mit Sternenburg lässt sich jedes Problem lösen. Ah, smart. Was? Hast du das? Ja. Zeig dir das. Ja, ist schon durchgeblutet. Wer hat das beste Geschenk gekriegt? Das beste wichtige Geschenk? Äh, offiziell ich. Zeig, zeig Aaron. Zeig, zeig Aaron. 100 Prozent. Du hast das Lustigste gekriegt. Nein, nicht das Lustigste, das Beste. Aber sei mal ehrlich, das was Jogi gekriegt hat, da haben schon alle am meisten Bock drauf. Kann das sein? Tschulde. Es sind alles horny Motherfuckers in mir. Oh, das war so geil. Aber ich kann nie wieder was essen. Nie wieder. Anuar, das war auch so voll wie ich. Hast du auch so viel gegessen? Es war gut, oder? Es war lecker, was Rubi gekocht hat. Anuar stimmt zu, es war sehr lecker. Wir nehmen uns die Stimme aufhaken vom Kriminein. Zweite Runde in Folge geworden, Aaron. Gang. Milchschnitte-Team. Okay, das ist irgendwie jetzt der Party-Teil vom Abend. Wir spielen irgendwelche Trinkspiele und... Ich hab mich angezogen. Es geht. Wir sind alle ein bisschen fertig, kann das sein? Ja. Mich hat ja alle genock-outet mit meinem ganzen Alter. Ja, dein Food hat alle gekillt. Ach so, ja. Alle gekillt mit meinem Food. Ja, alle. Also außer die, die in der Küche sind und Hard Party machen. Warum sind die nicht so fertig vom Essen? Ich bin richtig knock-out. Ich bin richtig knock-out. Ich bin richtig los, das war Danke fürs Posten. Zu mir sind die Einzigen, die los sind. Ich glaube schon mit zwei Wochen. War ein schöner Abend. War ein Hammer-Abend. Oder? Tschüss. Tschüss und alles. Nicht erfrieren, Jungs. Schauen wir. Okay, das ist das Ende des Abends und das Ende des Videos. War ein guter Abend? Nein, es ist kalt. War ein schöner Abend. War ein guter Abend, das ist kalt. Tschüss.